Seit Jahrhunderten ist der Mensch auf der Jagd nach der immer besseren Fortbewegung, nach dem immer besseren Fahrrad. Seit Jahrzehnten hat sich nichts grundlegend verändert, bis jetzt. Während beim herkömmlichen Fahrrad eine runde Tretkurbel verbaut ist, steckt in jedem Möwe-Rad eine ausgefeilte, ovale Tretmechanik. Dies ist dem menschlichen Gehen nachempfunden und passt somit viel besser zu ihrer natürlichen Bewegung. So kommen Sie effektiver, schneller und mit mehr Fahrfreude voran. Natürlich gibt es Möwe-Fahrräder auch als E-Bike. Sichern Sie sich jetzt ein Testrad und überzeugen Sie sich innerhalb von 14 Tagen selbst.